Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, da es ja immer noch nicht die 4er Pakete gibt, machen wir halt eben 5 nochmal so. Ja, normale auf, sage ich mal. Und wir machen das erste schon mal auf und schauen mal nach, was drin ist. So, die Schokolade tun wir weg. Ja, es klappert nicht sehr tolle und es ist, ja, es ist, es ist, es ist, es ist, von Sprinti, ja, so ein Fahrrad, sag ich mal, so eine Art Mountainbike. Hier ist es zu sehen. So sieht's aus. Tja, mal kurz zusammengebaut. Geht eigentlich relativ, ich sag mal, relativ fix. Ist ja nicht großartig was dabei. Tja, und hier ist, ja, so eine Art Ständer oder so. Wie kommt das hier rein. Tja, was weiß ich wie. Ups, ja. Stabil ist es nicht gerade. Es ist also nicht gerade, es stabil ist da. Gut, was soll's. Machen wir Ei Nummer 2 auf. Moment, ich wechsle kurz die Brillen. So, machen wir jetzt Ei Nummer 2 auf. Das klappert schon ein wenig mehr. Ja, ich lege vorsichtshalber die Einverpackung, die Vorderseiten noch mal weg. Eventuell werde ich noch mal sammeln für so eine Tasche. Ja, und hier haben wir wieder, ja, so ein Flugzeug, was relativ groß ist. Das hatte ich ja schon mal das letzte Mal auch schon mal aufgebaut. So sieht's also aus. Ja, ich mach jetzt mal hier einen kurzen Schnitt rein. Und dann baue ich das mal kurz hier zusammen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, so sieht's aus. Es ist ein relativ, ja, ziemlich großes Flugzeug. Hier ist so eine, ja, Halterung mit dabei, wo man es reinstecken kann. So, bitteschön. Und jetzt machen wir Ei Nummer 3 auf. Wie wir hören, hören wir natürlich nichts. Und wir schauen mal, ups. Wir schauen mal nach, was es Schönes hier drin ergibt. Ach ja. Es ist hier so ein, naja, von Mixhart. Ich sage mal so in so einer, ja, unnützte Figur. Die angeblich dann auch hochspringen kann, wenn man sie so auf dem Boden oder zack. Aber das ist genau das gleiche Prinzip wie von den Figuren, die es bei Lidl gab. Nee, Quatsch, bei Kaufland gab es die von der Europameisterschaft, die Figuren zum Sammeln. Und hier gibt es halt eben so Bauernhof-Tiere dazu. Ja, wer es braucht, also ist nicht unbedingt so meins. Oh, hier ist wieder was zum Zusammenbauen und es ist, ja, so ein Motorrad mit Antriebsmotor. Da wird sich mein Enggelbe wieder freuen. Das letzte Mal hatte ich schon das Gelbe und habe ich hier jetzt auch wieder. Ich baue es mal schnell zusammen. Wird hier ganz schnell zusammengebaut. Zack, zack. Und da den Lenker rein und schon ist es fertig. Das hat hier so ein, ja, so ein Laufrad, wo es denn mit durchs Bild läuft. Ja, die Dinger findet mein Engel ganz toll. Steht da drauf. Er wird sich freuen. So, und jetzt machen wir Nummer 5 auf. Das letzte für heute. Und dann werden wir mal schauen, ob wir eventuell hier eine Figur drin haben. Ja, das hört sich nicht so an. Und es ist, ja, es ist leider auch keine Figur von der Serie. Leider, 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 leider. Es ist hier von Mixheart. Und das ist irgendeine, ja, so eine Stiftfigur, sage ich mal, wo man mit schreiben kann. Ja, wer es braucht, so sieht das Teil aus. Kann man den hier abmachen. Da ist der Stift drin. Ja, gut. Leider, 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 leider keine Figur drin. Schade. Ich kann es leider nicht ändern. Ich hätte auch gerne eine Figur drin gehabt, aber, ja. Was nicht ist, ist leider nicht. Aber trotzdem hoffe ich doch mal, es hat euch wieder gefallen. Und ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da geben. Ihr könnt auch den Kanal abonnieren. Und, ja, ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.